Es ist Freitagmorgen 8.30 Uhr. Großer Wochenausblick, Rückblick, Vorschau, alles zusammen heute nach den Handelsideen aktuell im Euro-US-Dollar. Wir schauen auf Austral-Dollar, US-Dollar und wir haben Euro-britisches Pfund auf der Uhr und natürlich sehr sehr gerne auch die Zeit einzelne Fragen zu beantworten. Das heißt, wer Lust hat hier den ein oder anderen eigenen Chart beleuchten zu lassen, den lade ich ein hier rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook und dann können wir hier Ihre Fragen auch live und in Farbe sozusagen mit klären. Das kommt alles hier zusammen. Ludger, Olaf, Elena, Hallöchen zusammen und Happy Friday. Ganz genau so sieht das aus. Der Risikohinweis, auch heute wieder fester Bestandteil, in Gänze bitte zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit geht es hinein in die Tagesplanung der Nachrichten heute. Und hier große Überschrift steht jetzt nicht auf dieser Liste geschrieben. Ich habe es nur gerade wieder mal in den Breaking News gesehen. Theresa May wird wahrscheinlich heute ihren Rücktrittstermin geben. Also schauen wir mal, was dann anders wird. Ob die Hardliner sich dann sagen, okay, wir kommen zu einer Lösung oder nicht. Wir gucken uns das Ganze entspannt an. Auf alle Fälle eins ist schön, es gibt uns immer mal ein paar gute Handelsideen. Aus diesem Grund schauen wir heute auch wieder mal in das britische Fund zusammen mit dem Euro. Da hatten wir ja vor kurzem schon mal einen Erstblick reingeworfen. Es wird mal wieder Zeit. Wir haben eine markante Marke im Blick hier und da schauen wir mal, was wir hier alles tun können. Zuvor der Blick in die Nachrichten. Los geht's. Die stärksten Relevanzen sind heute knapp vertreten. 10.30 Uhr bekommen wir aus Großbritannien die Einzelhandelsumsätze für den Monat April. Und aus den USA dann um 14.30 Uhr die Auftragseingänge für langlebige Güter rundherum um diese Events. Wir sehen es hier immer noch ein paar einzelne Daten. Dann haben wir heute wieder ein paar Wahlen zum Europäischen Parlament. Das kann auch die Märkte hier und da bewegen. Wir bekommen die ein oder andere Rede von Zentralbankmitgliedern im Laufe des Tages. Und wie immer am Freitag die COT Reports. Gerade interessant für den Rohstoffbereich. Also hier mit Blick in unser Gold, in das Silber oder auch das Öl. Den ein oder anderen Markt das interessieren, wie sich die Big Boys positioniert haben. Gerne hineinschauen in die Zahlen. Und damit rein in die Charts für den heutigen Handel an dieser Stelle. Ich hatte es avisiert, wir haben heute Austral-Dollar, US-Dollar, Eurobritisches Pfund und den Euro-US-Dollar. Und wir starten hier mit dem Blick auf den Austral-Dollar, US-Dollar. Und sehen hier mittlerweile einen wirklich schön fortgeschrittenen Markt wieder in Richtung der Jahrestiefs. Wir haben es hier unten stehen. Das ist interessant und das ist schön zu sehen. Hat man halt nicht alle Tage, wie gut der Markt zu traden ist. Von unten nach oben, von oben nach unten. Wir sehen es hier, der Spike. Hier gibt es halt wenig Anhaltspunkte. Das ist immer so ein bisschen tricky für diejenigen, die sich sagen, ich brauche wichtige Anhaltspunkte. Aber mit Bruch von diesen wichtigen Marken hier oben ist der Markt nun mal nach unten relativ frei gewesen. Und diese Freiheit, die nimmt er sich auch. Hat mittlerweile hier schön einen Abwärtstrend gebildet. Wir sehen hier auch den Bewegungstrend. Der hat korrigiert, zuletzt im Hoch bei 0,69, 634. Das Tief hier unten haben wir liegen bei 0,86. Nein, entschuldigt bitte, bei 0,68, 646. Hier die grüne Linie. Interessant wird es, wie es weitergeht. Zwei Dinge, wie immer. Entweder Regressionsausweitung. Dann schiebt es den Markt hier oben drüber, über die 0,69, 340. Anlaufpunkt nach oben hin wäre dann hier zunächst einmal dieser Bereich hier, wo der kleine Trend sich mit unten hin fortgesetzt hat. Beziehungsweise hier der große Trend reingelaufen ist. Also hier in diesem Bereich bei 0,69, 88, 2. Beziehungsweise bezogen auf diesen kleinen Bewegungstrend an dieser Stelle. Selbstverständlich hier unten dieses Bruchlevel auch noch. Da hänge ich gleich mal noch eine Marke dran. Das ist hier unten der Bereich, um die, was haben wir drin liegen? Hier, zack, da haben wir es. Das Tief hier unten haben wir liegen bei 0,69, 628. Also hier unten, der Bereich ist da wichtig. Das wären Anlaufpunkte nach oben hin. Sogenannte Widerstände, wenn es nach oben geht. Auf der anderen Seite, wir sehen hier erst einmal noch einen Außenstab. Hin und her getingelt. Das wissen wir ja, das kennen wir ja. Da gibt es häufig keine guten Richtungen. Für die Kleinstzeiten-Einheiten-Trader ist das natürlich gut. Von unten Richtung oben, von oben Richtung unten. Also in der Mitte sich zu treffen, das macht immer wieder Sinn in den kleinen, kurzen Trades. Aber die großen Bewegungen kommen dann für die Swing-Trader. Wenn wir über, beziehungsweise unter die entsprechenden Ranges laufen, fallen wir drunter. Das ist das Interessante. Gehen wir in die Trendfortsetzung. Und zwar in die Fortsetzung dieser großen Bewegung. Genauso auch wie in die Fortsetzung dieses untergeordneten Trends. Blick dann selbstverständlich hier nach unten aufs Jahrestief bei 0. 0.67247. Das die Chancen aktuell im Austral-US-Dollar. Machen wir weiter hier und blicken wir in den euro-britischen Pfund. Haben wir gestern wieder gehört, die Bewegung kam auch rein. Erstmal gestern ein bisschen was an Schwäche. Die Nachrichten um Theresa May. Das Ganze hat dann wieder die Schwäche etwas wett werden lassen. Aber wir sehen es hier oben. Wir haben hier einen Widerstandsbereich, wo der Markt zwei Tage lang noch nicht drüber gelaufen ist. Punkt. Das ist erstmal die Tatsache. Und wenn wir uns das Ganze hier mal kurz, bevor ich wieder zum Tagesschat zurückkomme, wenn wir uns das Ganze hier oben mal anschauen. Das hier oben ist aktuell eine Art Top-Formation. Das heißt an dieser Stelle, wir haben hier ein leicht niedrigeres Hoch. Wir haben hier leicht fallende Tiefs. Aber alles in allem ist es immer noch hin und her geschaukelt. Das heißt, es kommt nicht so richtig Dynamik auf. Jetzt haben wir hier oben eine Situation, wo wir leicht fallende Kurse haben. Wenn wir uns das Ganze mal hier mit einer Linie verbinden. Es ist eine leichte Abwärtslinie da. Und da muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, ich bin mir jetzt, also das ist aber reine Erfahrung, ja. Ich bin mir jetzt an dieser Stelle nicht ganz sicher, ob der Markt tatsächlich nach dieser massiven, langen Bewegung hier nach oben wieder und weiter die Kraft hat, einfach nach dieser kurzen Anhaltepause einfach nach oben durchzulaufen. Ich weiß es nicht. Nur wir traden ja jetzt hier keine Gefühle, sondern Fakten. Und Fakten sind, wenn wir hier, ich gucke noch mal kurz in die Stunde, wenn wir diesen leichten Bereich hier oben, wo wir schon schön seitwärts laufen, doch nach oben verlassen sollten, dann könnte hier durchaus noch ein bisschen was an Dynamik nach oben rauskommen. Bricht es nach unten weg, sieht es eher so aus, als wenn der Markt wirklich hier oben Schwäche hat und erst einmal nach unten läuft. Das ist für die Intraday Trader hochinteressant, weil wir haben hier dann in diesem Bereich am Low hier unten, ich zeichne es mal ganz kurz ein, also hier unten irgendwo, dieser Bereich, das wäre der Bereich um die 0,87, 9 irgendwo in diesem Dreh, das wäre ein guter Anlaufbereich, wenn wir hier oben Schwäche reinbekommen, das heißt Schwäche am Tageshoch auch von gestern, wenn es abverkauft wird, der Weg nach unten wäre damit gut vorgezeichnet. Und wenn sich das dann weiter fortsetzt, dann können wir natürlich schauen, wie weit geht das Ganze denn voran in die regressive Phase. Ich habe ja hier beim letzten Mal schon gezeigt, wir haben jetzt hier einen sehr, sehr starken Schub nach oben gehabt, der Markt hat sich nicht darum gekümmert, dass hier ein Widerstandslevel lag, da ist er einfach durchgelaufen, das sind natürlich jetzt Unterstützungslevel gewesen. Läuft der Markt runter, dann wie schon gesagt, erster Anlaufpunkt, Tagestief von gestern hier unten um die 0,87, 9, beziehungsweise hier unten dieses Swing Low bei 0,87, 7, 1, 9, da haben wir das Tiefliegen, Supports im größeren Raum, haben wir natürlich hier um die Marke von 0,87, 2, 2, 7, das ist das letzte große Hoch, was wir hier innerhalb dieses Marktes nach unten laufen, beziehungsweise dann hier an dieser Stelle, an die dieser untergeordnete Aufwärtstrend entstanden ist, das wären dann die 0,86, 8, 1, 9 Möglichkeiten, haben wir, wie schon gesagt, auf beiden Seiten und kommt doch der Schub nach oben ohne Pause, es ist viel Platz noch bis zum nächsten Hoch bei 0,90, 700, da ist Raum zur Entfaltung, da schauen wir mal, was kommt, auf alle Fälle ist das Ganze sehr, sehr spannend im Moment und damit rein in Euro-Austral-Dollar, nee, nicht in Euro-Austral-Dollar, sondern in den Euro-US-Dollar, den wollen wir ja jetzt besprechen, das war gestern hochinteressant, hat mich sehr gefreut, hat mir auch gefallen, hier unten hatte ich ja avisiert, auch hatte ich einen Trade am Laufen, aus der tiefen Korrektur heraus, Ziel war hier unten gewesen, der Markt hat uns mal wieder den Gefallen getan, ist unten ran gelaufen und jetzt macht er was sehr, sehr Interessantes, und zwar gestern haben wir hier schon den Schub von unten nach oben gesehen, das heißt, hier unten diese Marke bei 1,11 in etwa, die hat schon, sagen wir mal so, eine Relevanz, wo der Markt nicht einfach mal so plump macht und dann nach unten durchfällt, hier kommt immer wieder Kaufinteresse auf, das hat jetzt noch nichts damit zu tun, dass sich vielleicht der Gesamtmarkt ändert, trendtechnisch ist da nichts in Sicht, aber wir sehen, der Markt gibt das Ganze halt nicht so leicht auf, es war vorhin sehr, sehr interessant zu sehen, was am gestrigen Tageshoch geschehen, da ist der Markt erst so ein bisschen zögerlich unterwegs gewesen, wenn wir uns das mal kurz in den Kleinzeitenheiten anschauen, hier, das war das Tageshoch von gestern, und hier das Ganze wirklich sehr, sehr zögerlich gewesen, das ist eine sehr, sehr schöne Overnight Range, die wir hier gehabt haben, und wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, das ist das, wo ich meine, da lohnt es sich auch hinzuschauen, das ist der große Schub von gestern gewesen, und das war die Durchatempause hier, und das Ganze wurde dann aufgelöst, hier dynamisch auch nach oben hin mit, das ist der Grund, warum man sich solche Ranges immer gerne mal anschauen kann, die Dynamik läuft jetzt weiter nach oben, mit Blick in den Tag ist das hier selbstverständlich, die Gegenbewegung zum Schub nach unten, der nächste Anlaufpunkt, den sehen wir hier oben, das ist auch im Stundentrend ein relevantes Level, um die Marke von 1,12,245, weiter geht es dann hier in Richtung dieses aktuellen Trendhochs, also von diesem Bewegungstrend hier an dieser Stelle, um die Marke von 1,12,6 in diesem Drehraum, da haben wir einen Widerstand liegen, das kann also an dieser Stelle gut und gerne auch ein Level sein, in das der Euro mit hineinläuft, wir wissen ja, er macht sehr, sehr gute, und sehr, sehr gerne die Rückläufe hin in weite, weite Level, das lässt sich zum Traden auch immer gerne und gut zum Vorteil nutzen, nach unten hin, naja, wenn er wieder rumdreht, haben wir natürlich gute Chancen, hier weiter runter zu laufen, Darkestief von heute wäre erst einmal ein erster Marker, wenn wir tatsächlich rumdrehen, also hier um den Bereich, wo haben wir es so liegen, ungefähr bei 1,11,7, da könnte der Mark, wenn er runterdreht, durchlaufen, und dann sich wieder unten am Widerstand, nein, am Support, so rum, unten am Support, an dieser Stelle mit, ja, sag ich mal, Zielen anlaufen lassen, das Ganze hier im Chart, und das gucken wir uns jetzt nochmal kurz im Wochenchart an, damit wir das hier sehen, also wir sehen den Markt weiter sehr dynamisch runterlaufen, und wenn ich das mal kurz noch etwas kleiner mache, dann sehen wir halt, dass wir, wenn die Marke hier unten tatsächlich mal rausgenommen wird, und, dass wir hier unten den nächsten Support dann haben, hier ungefähr um die Marke, wo stehen wir hier, bei 1,08, irgendwas, also, da kommen wir jetzt noch nicht auf den Punkt zu sprechen, aber auf alle Fälle ist das mal eine Marke, die dann im Blick ist, was haben wir noch, hier unten raus, mal im Langen für die Planung, hier drüben sehen wir es, auf dem Weg nach oben hatte der Markt hier unten auch, sag ich mal, mal rumgedreht, mal durchgeatmet, und das ist halt der Schwungbereich, in dem wir momentan auch sind, wo der Markt nicht einfach so nachgibt, und das merkt man hier natürlich, wenn solche Marken dann allerdings wirklich gebrochen werden, dann könnte es durchaus sehr dynamisch zum nächsten Punkt gehen, also hier die Unterstützung, um die Marke von ungefähr, hier grob über den Daumen, etwas über 1,083, das hier im Euro-US-Dollar im Blick in die Woche, und damit sind wir mit den Handelsideen durch, machen weiter hier in den Chats, so, schaue ich gleich mal rein, Andreas sagt, der Ton war weg, jetzt ist er wieder da, gut, Andreas, du hörst mich, das freut mich sehr, alles klar, gut, was haben wir hier an dieser Stelle noch, Fragen gibt es momentan keine, wir gehen also zurück in den normalen Lauf, den wir hier an dieser Stelle haben, das heißt, wir schauen mal, was bei den wichtigsten Terminen in der aktuellen Woche rausgekommen ist, wir hatten ja einige spezielle Themen diese Woche, hier die wichtigsten nochmal da, wir hatten aus den USA das Thema der bestehenden Hausverkäufe, heißt also hier, wir sind hier leicht unter den Erwartungen gewesen, was gibt es am Mittwoch, am Mittwoch gab es die Industrieproduktion aus China, die war rückläufig, also wir sehen es die Woche mit vielen, vielen roten Zahlen hier geprägt, in Großbritannien der Verbraucherpreisindex, schlechter ausgefallen als erwartet, nicht massiv, aber er ist schlechter ausgefallen, aber er ist auch angestiegen, also wenn man mal sieht, die vorige Zahl war bei 1,9, jetzt sind wir bei 2,1, die Prognose war 2,2, die steigen trotzdem und sogar besser als in der EU, die Rohöl-Lagerbestände haben deutlich enttäuscht, wir sehen es, was der Kurs gemacht hat, wir schauen nachher auch gleich noch in das WTI, am Donnerstag dann gab es hier Informationen vom Einkaufsmanagerindex im DAX, das war nicht so nett zu sehen, hier der Markt ist schlechter gewesen, als das erwartet wurde, der DAX ist ja momentan auch wieder deutlich auf der Talfahrt gewesen, der IFO-Geschäftsklimaindex ist ebenfalls zurückgegangen, das treibt dem ein oder anderen Börsianer die Sorgen falten auf die Stirn und die Verkäufe neuer Häuser in den USA sind ebenfalls leicht unter den Erwartungen gewesen, also ein paar Wolken diese Woche am Himmel mit Blick auf die wichtigsten Nachrichten, hier zur Information und wo wir bei den Nachrichten sind, kommen wir gleich auf die wichtigsten Termine in der nächsten Woche, wir haben nächste Woche zwei Feiertage, Montag haben wir hier Feiertag in den USA und in Großbritannien, Donnerstag ist bei uns in Deutschland Feiertag, ansonsten haben wir ein paar Nachrichten, Dienstag geht es in den USA mit dem Conference Board Verbrauchervertrauen weiter, es gibt aus Großbritannien die Anhörung zum Inflationsbericht, die Daten sind ja jetzt schon draußen, am Mittwoch bekommen wir hier in Deutschland die Arbeitslosigkeitszahlen und am Donnerstag gehen wir hier in das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, wir bekommen die schwebenden Hausverkäufe und die Rohöl-Lagerbestände, hier bitte nicht wundern, weil Montag Feiertag ist, verschiebt sich einiges immer ein bisschen in den USA, deswegen gibt es die Rohölagerbestände hier am Donnerstag und am Freitag gibt es dann aus China den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, also ein paar sehr interessante Termine nächste Woche, ich bin mal gespannt, wie die Woche so anläuft, weil wir haben doch einiges an Feiertagen da, von der Seite her kann das ganz spannend werden, entweder es gibt gute, deutliche Bewegungen oder tote Hose und es läuft überhaupt nichts, wir werden sehen, was hier an dieser Stelle passiert, damit zurück zu den Charts und wie jede Woche an dieser Stelle auch, der Blick in die großen Indizes, wie schon gesagt, wenn ich hier irgendetwas noch mit reinnehmen soll, an Wunschmerken, bitte nicht scheu sein, es tut nicht weh, das Kürzel einfach rein und damit können wir hier den ein oder anderen Wunschschart auch noch mit ansprechen. Also, wie machen wir weiter? Wir schauen hier rein in die Märkte, australischen Aktienindex haben wir vor kurzem erst besprochen, der macht weiter sehr viel Freude, schön nach oben laufender Trend, aber hier zunächst der Blick in den deutschen Markt, der DAX ist da, jetzt muss ich hier das Bild mal etwas größer machen, heißt also hier an dieser Stelle der große Blick ist weiterhin aufwärts gerichtet, wir befinden uns weiterhin in der korrektiven Phase hier dieser letzten Bewegung, allerdings sieht das Ganze ziemlich hässlich im Moment aus, also es heißt ein Hin und Her, hier unten dieser Abprall, der war sehr, sehr schön zu sehen in dem wichtigen Bereich hier um die Marke von 11.800 Euro. Olaf, schönes Wochenende, danke für deine Zeit. 11.800 Euro ist hier unten der gute Widerstand gewesen, wir sind hochgelaufen, schön hochgelaufen, jetzt zoome ich mal kurz etwas weiter rein, also es war sehr, sehr schön zu sehen, welche Kaufdynamik hier an dieser Stelle nach oben gelaufen ist und dann das Ganze aktuell wieder sehr, sehr schön nach unten korrigiert. So, jetzt haben wir die Korrektur nach unten, was kann kommen? Mit Blick auf das große Bild, wie schon gesagt, übergeordnet, ist alles noch voll und ganz in Ordnung. Es gibt allerdings ein großes, großes Aber und zwar das Aber wird kommen, was passiert jetzt an dieser Stelle? Was jetzt passieren kann, ich räume den Chat mal ganz kurz ein klein wenig auf, hier, damit wir etwas mehr Blick bekommen für das, was wichtig ist an dieser Stelle. Was jetzt kommen kann, ist folgendes, das, was wir hier gesehen haben, war der erste Schub nach unten. Das, was wir hier danach gesehen haben, die korrektive Phase. So, und jetzt ist es megamäßig spannend. Bricht da rein und durch. Das wäre blöd. Also, für die Long-Richtung, wenn wir das sehen, dann denke ich, können wir uns auf weitere Kursverluste einstellen. Zumindest, wenn der Trend sich so auf dieser Stelle entwickelt. Das wäre das Szenario für die Short-Geschichte. Auf der anderen Seite hat der Markt natürlich jetzt immer noch die Chance, wieder rumzudrehen. Das heißt, kommt die Dynamik nach oben, macht er hier sogar noch ein höheres Tief. Das wäre natürlich schön. Das wäre ein Zeichen, dass die Bullen hier ready for taking off sind. Heißt also, dass der Markt hoch will. Eine Chance hat, hier schön über die Tageshochs nach oben zu klettern. Hier oben drüber einen untergeordneten Aufwärtstrend zu bilden. Und dann haben wir gute Karten hier aufs Hoch des aktuellen Trends, um die Marke von, was haben wir gehabt, 12.446 Punkten, den Widerstand oben rauszunehmen und dann sich hier einzuschießen auf die entsprechenden nächsten Hochpunkte, die kommen. Hier haben wir sie dann liegen. Das ist die Chance, die da dahinter steckt. Also, es bleibt sehr, sehr spannend hier im DAX. Nächste Woche mal schauen, wie sich das Ganze mit anlässt. Weiter im Text gehen wir in die USA mit dem Dow Jones hier im Blick. Ja, der liebe Dow Jones, was haben wir hier im großen Bild? Also, wir gucken mal ganz kurz in die große Woche rein. So, in der Woche muss ich jetzt mal kurz hier etwas mehr ranzoomen. Was sehen wir? Sehr, sehr schöner Verlauf hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Hier unten, diese Marke, hier, das ist der Bereich, wo das Korrektur tief liegt. Also, ungefähr, die Marke um die 25.200 Punkte, das ist das Level, was auf keinen Fall unterschritten werden darf, weil dann ist dieser große Aufwärtstrend hier in der Woche kaputt. Das wollen wir nicht sehen, aus bullischer Sicht. Was wir jetzt hier sehen, ist immer noch die Korrektur. Wir haben es gesehen, als der Markt in der vergangenen Woche unten reingelaufen ist, in genau dieses Level, hat er direkt hochgekauft. Aktuell fehlt hier die absolute Bestätigung. Das heißt, der Markt tingelt immer noch in diesem weiten, weiten Band rum. Es ist ein bisschen hin und her. Das ist sehr, sehr gut für aktive Intraday Trader. Mit Blick in den Tageschart können wir hier an dieser Stelle jetzt konstatieren. Der Markt ist weiterhin nach unten gerichtet. Wir sehen das hier und es sieht an manchen Tagen tatsächlich so aus, als wenn der Weg des leichteren Widerstandes tatsächlich aktuell nach unten führt. An was sehen wir das? Wir sehen es halt einfach an den sehr, sehr starken Kerzen, die nach unten ausschlagen. Und das ist jetzt der Punkt, den wir hier an dieser Stelle mit beachten müssen. Was passiert jetzt hier? Genau wie ich es in DAX gesagt hatte, das, was wir jetzt hier sehen an dieser Stelle, ist die Chance, wenn das hier, der Markt in Tief war und wir jetzt tatsächlich nach oben laufen, das ist die wirklich schöne Chance, dass uns der Markt hier visuell ein Zeichen dafür gibt, hey, wir wollen nicht tiefer, wir wollen nach oben, wir sind bullisch gestimmt. Das Ziel ist hier oben, das Hoch bei 26.700 Punkten erst einmal wieder zum Anlaufen. Das wäre ein schönes Ereignis mit einer Aufwärtstrendbildung. Andere Seite, der ganze Spaß nach unten, naja, da haben dann die Bullen erst einmal, würde ich sagen, tendenziell zumindest ziemlich schlechte Karten. Wenn dieser Markt hier unten dieses Tief rausnimmt, wird die Woche auch wieder gebrochen. Das heißt, wir haben dann wieder massiv bärische Tendenzen. Das heißt, auf Sicht des Tagescharts sind wir ja schon abwärts gerichtet. Also, da haben wir schon gar keinen Trend mehr hier, wenn wir uns diesen Trend hier nach oben mal anschauen. Auf Sicht der Woche sind wir halt in der Korrektur. Und hier wird sich jetzt irgendwo entscheiden, ob der Tag halt wieder einen neuen Aufwärtstrend gestaltet oder aber, ob wir wirklich den Bärenmarkt wieder angreifen und diese bärischen Tendenzen hier zu einem echten Trend nach unten werden. Und das bleibt dann sehr, sehr, sehr spannend. Und auch mit Blick auf die Indikatoren-Seite. Ich lege hier mal ganz kurz den Indikator rein. Kurzen Augenblick. Da können wir hier den Moving Average mal nehmen und ich nehme mal hier den 200er. Das ist ja immer eine sehr, sehr wichtige Marke. Wenn wir mal sehen, da steht der Markt gerade dran. Ja, und das ist halt so ein Punkt. Wir wissen es ja alle. Das heißt, in der großen allgemeinen Lesweise, wenn ein Markt unter seinem 200er gleitenden Durchschnitt markiert, ist das sehr, sehr bärisch zu sehen. Und da stehen wir gerade dran. Jetzt haben wir wieder eine Chance. Hier drüben sind wir abgeprallt. Hier sind wir abgeprallt. Hier haben wir wieder die Chance, vom 200er abzuprallen. Das wäre bullisch. Wenn wir den Abprall sehen, fällt er drunter, wäre das Ganze bärisch zu sehen. Das zum Dow Jones. Und damit blicken wir mal in den großen, großen S&P 500. Das Grundbild, die Grundstimmung hier im S&P 500 absolut identisch zu dem, was wir hier gerade gesehen haben, was ich im Dow Jones gesagt habe. So, auch hier nehme ich mal ganz kurz das Bild etwas raus, den Chart mal ein bisschen aufräumen hier, damit wir besser sehen können, was wir machen wollen. Also, wir sehen hier weiterhin eine starke Abwärtsbewegung nach unten. Heißt also an dieser Stelle, der Markt ist weiter aktuell eher auf die Unterseite aktualisiert als auf die Oberseite. Heißt an dieser Stelle, dass wir die Bären schon in Stellung haben. Jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was passiert. Wir sehen es hier im Chart. Die Marke von 2800 Punkten, die hat in der Vergangenheit eine sehr, sehr hohe Relevanz gehabt, als der Markt so massiv nach unten eingebrochen ist. Als wir es geschafft haben, wieder drüber zu laufen, hat sie einen guten Support gegeben. Hier schwebt also die Hoffnung mit, dass dieser Support auch weiterhin hält. Hält er nicht? Müssen wir schauen. Hier haben wir das Trend vom aktuellen Aufwärtstrend des Tages liegen. Der Markt hat ja hier schon ein neues Allzeithoch geschrieben. Hält das nicht? Dann haben wir hier als nächstes wahrscheinlich den Test des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Tage vor der Tür. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wenn wir doch das positive Szenario beibehalten, dann wäre es gut zu sehen, dass wir hier direkt jetzt wieder nach oben laufen. Das heißt, dass wir das, was wir jetzt sehen, hier nur als Gegenbewegung zur Vorwoche hatten und der Markt dann wieder hoch springt aus dem Support Level raus, hier einen Aufwärtstrend macht. Das wäre dann interessant zu sehen. Die Marken hier nach oben hin sind dann auch da. Das heißt, das bullische Szenario ist hier längst noch nicht vom Tisch, aber es ist natürlich auch die Gefahr relativ nahe, dass der Markt wirklich hier drunter bricht. Sei es nur kurzfristig oder langfristig beziehungsweise mittelfristig, die Gefahr ist vorhanden und damit haben wir dieses Muster auch mit im Kopf und können das natürlich immer wieder gerne zum Traden mit benutzen. Schauen wir noch in den technologielastigen Index rein. Auch hier gleiches Bild wichtiger Marker hier unten diese Marke am Trendtief hier vom aktuellen Aufwärtstrend. Der Markt auch hier hat ja schon ein neues Allzeithoch geschrieben. Wir sehen es hier etwas anders als im Dow Jones Allzeithoch geschrieben. Tiefe Korrektur an dieser Stelle auch. Wie schon gesagt, die Marke um die 7.250 ist sehr, sehr wichtig an dieser Stelle und da muss man einfach schauen, dass hier der Markt nicht runterbricht, weil wenn er das tut, ja, was haben wir dann? Wir haben es gestern schon gehabt, der Markt ist schon unten drunter gelaufen, das heißt, technisch haben wir diesen Bereich schon mal angetestet, hier das Thema Abwärtstrend, wenn der sich tatsächlich fortsetzt, das gleiche, könnte als nächstes Test vom 200er gleitenden Durchschnitt anstehen, beziehungsweise dann weitere Läufe nach unten, 2700, Entschuldigung, 7200, so rum, beziehungsweise 6900 sind Marken hier zur Unterseite hin. Also, es ist eine sehr, sehr spannende Sache bei den Indizes, sie stehen an schönen Stellen, was ist an den Stellen so schön, zumindest für mich als Trader, das sind die Stellen mit den größten Chancen, aber auch den größten Risiken, wo sind die Chancen begründet? Die Chancen sind darin begründet, dass wir halt so tief runtergelaufen sind und wenn der Markt tatsächlich rumdreht, dass wir ordentlich Fleisch am Knochen haben, dass wir dann mit nach Hause nehmen können, wenn wir hier unten die Umkehr sehen. Das Risiko ist darin begründet, deswegen ist das Risiko hier auch am größten, dass der Markt das ganze Ding bricht, weil wir sind so nahe an den Bruchleveln dran, das kann dann auch mal relativ schnell zu einer Dynamik in die Abwärtsrichtung führen. Deswegen hier Chance und Risiko am höchsten, aber für den Trader mit einem gesunden Risiko, Appetit und einer schönen Risikokontrolle kann man das doch nutzen. Was wollen wir hier als Trader mehr, vor allen Dingen wenn wir so einen guten Broker wie Tickmel haben, mit Top Konditionen und zu Bauausführung. Das also der Blick in die großen Indizes und damit schauen wir nochmal rüber hier aufs WTI. Machen wir mal in dem Chat, wo ich die Handelssignale auch immer mit vorbereite. Das war ein Fest die letzten Tage. Ich kann mich gar nicht genug freuen, muss ich wirklich zugeben. Hier oben, wir haben es hier im Live-Trading besprochen, beziehungsweise in der Live-Markt- Vorbereitung hier oben, Schulter-Kopf- Schulter-Formation und die wurde bestätigt. Schaut euch mal an Leute, was passiert ist. Wir haben hier die Ziele reingelegt, wo der Markt reinlaufen kann. Wir haben gesagt, erst einmal die Marke 60-60 hier unten, dann das Tief hier unten, das aktuelle Trend-Tief und bei einer Überdehnung sogar noch hier unten die 58 US-Dollar-Marke. Also das Ding war mal wirklich ein klassischer Home-Run. Das hat man nicht alle Tage echt, so eine Trades gehen selten so auf. Aber ja, was soll ich sagen, es ist nun mal passiert, ja und deswegen ist es gut, wenn wir uns das Ganze hier an dieser Stelle anschauen und den Markt halt gut analysieren und wirklich, ich möchte die Handelsidee an dieser Stelle auch nochmal zeigen. Wir haben hier morgens gesprochen, deswegen schaut euch die Webinare hier morgens an. Wir machen das nicht umsonst, das sind wirklich sehr, sehr schöne Chancen, die wir immer wieder haben. Hier oben war die Top-Formation. Schulter-Kopf-Schulter haben wir hier schön gesehen in diesem Markt und damit wurde das Ding nach unten rausgebracht, also hier rechte Schulter, Kopf, linke Schulter, umgedreht, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. Das haben wir gesehen hier an der Kerzen-Formation im Tages-Chart hier oben. Hier seht ihr das, so sieht eine untergeordnete Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Das war die Nackenlinie. Fertig. Mehr nicht. Aus die Maus. Also, an dieser Stelle, das ist einfach schön. Was sehen wir jetzt? Wir müssen jetzt im Crude hier einfach mal den Markt aus anderer Gesichtsweise ranziehen. Das heißt, an dieser Stelle, was wir hier natürlich sehen, ist, wenn wir uns den aktuellen Abwärtstrend mal anschauen, der ist natürlich massiv weit in seine Bewegung reingelaufen. Das heißt, wir haben hier schon jetzt die Wahrscheinlichkeit da, dass wir erst einmal eine Gegenbewegung sehen, die hier nach oben läuft, möglicherweise ins Ausbruchslevel rein, hier oben um die 60-Dollar-Marke. Wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze erwartet. Möglicherweise bildet sich hier eine schöne Trading-Idee aus, die werde ich dann am Montag mit ins Morning Briefing auch reinnehmen. Da müssen wir wirklich erst einmal durchatmen. Aber mit Blick aufs gesamte Bild und da schauen wir jetzt mal eben kurz in die Woche rein, mit Blick aufs gesamte Bild haben wir hier einen megamäßigen Rücklauf gehabt. Jetzt die massive Dynamik nach unten und wenn wir uns das Ganze mal längerfristig anschauen und ja, ich weiß, hier schauen immer mal Leute zu, die auch gerne Fibonaccis nehmen und ich arbeite ja auch mit Fibonaccis, nur ich habe die für mich ein bisschen angepasst. Für mich im Trendhandel an sich ist es so, dass ich gerne, wenn ich Umkehrsignale trade, halt ab 50% das Ganze trade. Deswegen habe ich die Fibonacci-Level hier etwas angepasst. Die 38er fehlen, die 50er habe ich drin, dann habe ich es angepasst auf 75 und 85. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wenn wir einfach mal schauen, diesen starken, Schub nach oben, wenn wir hier eine mitteltiefe Korrektur bekommen sollten, dann ist bis zur 50% Marke noch einiges an Luft und was wir da sehen ist, wenn wir das mal hier draufstellen auf die 50% Marke, dann sind wir irgendwo bei 54 Dollar, was da dann so kommt und das ist natürlich ein Anlaufbereich, den sehen wir auch im Tagesschart. Diese Marke ist ja da. Jetzt nehme ich die Level mal kurz raus und wir gehen noch mal eben kurz in den Tagesschart rein. Das heißt, das was wir hier sehen, ist einfach folgendes. Die 58 Dollar Marke wird im Moment mal so ein bisschen verteidigt. Was kommt dann entsprechend hier als nächstes? Der nächste Punkt, der nächste Anlaufpunkt, der kommen kann oder der angelaufen werden kann, wo wir möglicherweise einen Support sehen, ist hier dieses Ausbruchslevel, als der Markt sich hier unten fortgesetzt hat. Hier ärgert mich das grüne Kästchen. Jetzt haben wir es. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Hier, das ist ein leichter Support. Da sind wir ja gestern auch schon mal aufgedutzt. Und da wird es dann spannend. Was passiert hier unten, wenn wir wieder runterlaufen? Und dann, dann kommt schon der nächste Markt, die nächste Marke hier unten rein, sozusagen hier, der Bereich um das Tief hier unten bei etwas über 54 Dollar. Da können wir die Unterseite anschauen. Nach oben, wie schon gesagt, hier, dieses Bruchlevel an dieser Stelle, das ist eine wichtige Marke. Wie schon gesagt, wir brauchen erst einmal eine Umkehr, eine bestätigte, dass wir das Ganze hier mit angehen können. Aber die Chancen sind auf alle Fälle da. Das werden wir dann wahrscheinlich am Montag miteinander besprechen. Mal sehen, wie der Tag hier heute aus dem Handel geht. So, damit sind die wichtigsten Fakten für die Woche besprochen, für die Handelsideen. Diejenigen, die gleich in den Handel reingehen wollen, die können jetzt direkt rüber switchen. Alle anderen, ich habe noch ein bisschen was oben drauf. Freitags ist ja immer Education Day, heißt an dieser Stelle, ich mache einen kurzen technischen Break, mache ein zweites Video hier für Facebook und bin gleich wieder mit Bild und Ton da. Unsere GoToWebinar Zuschauer, bitte einfach dranbleiben und wir sprechen dann hier im nächsten Punkt das Thema an. Day Trading, bin ich dafür geeignet? Eine Frage, die habe ich vor kurzem gestellt bekommen in meiner Ausbildung. Das Thema nehme ich gerne mal auf und sage ein paar Worte dazu. Also, bis gleich zurück hier live im Facebook Stream und auf GoToWebinar bleiben wir einfach dran. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.